Hallo, da ist Robobox28 Ja Du Geht ja auch 5 online Wir müssen jetzt irgendein Oh fuck Spielt ja einer noch mal öffentlich oder? Schnaaaal Von den anderen online spielen können Raste ich wieder aus Das ist vom neuen GTA Update Und wie geht es dann? Dann kann es Eigentlich Wenn andere Online spielen Um GamerSims zu Missionen zu machen Und jetzt einfach so schnell wie möglich Und hier kommen Dass wir gekillt werden von anderen Hallo Ich hoffe es zumindest, dass es eine Mission ist Das Game ist heute mal wieder gestartet Mal schauen Hier ist ein Geldtransporter Ich hoffe es kommt niemand Ich hoffe es kommt niemand Ich hoffe es kommt niemand Die Melodie soll ausmachen Ein bisschen Mission Musik machen wir dann auch Hier Kiri Ich habe jetzt mal Falschgelddruck Ich habe einfach Bier mal gekauft Mal schauen ob man es überlauert hat Die Heiz kommen Ich konnte nicht Was war das Was war das Wann ich Ich bin bin ich Nein Also seit ein Gelddruck so einfach. Auch das ist ja. Zum Beispiel sind das wieder so überprost. Wo meine Sicherheit müsste da einfach wieder abfocken. Ja, ja, ja. Puh! Hast du Geldprodukt so nicht angelaufen? Ja, ja. Und ich muss die Musik sicher abstellen. Ja. Kann ich das auch machen, auch im einzelnen Modus? Schön, weil wir dann das vor Ort gesehen werden. Oh, mein Tool, okay. Probiert das mal nachher im Dings, im Single Modus. Okay. 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 Sind jetzt alle, ist hier rolling. Okay. Ich würde jetzt sagen, mich sieht sich gerade wieder. So. Willkommen zurück. Da ist euer Robobox gesagt. Jetzt haben wir gerade ein paar Sachen erledigen. Und äh... Ich habe geschaut, ob wir das alleine machen können. Jetzt habe ich da verbesserte Druckmaschinen und so gekauft. Weil das ja alles leider nur im öffentlichen Modus geht. Ja. Das ist der Ort. Das ist der Ort. Vorräte. Vorräte still. Ähm... Machen wir... Gehen wir mal vorräten, die Stelle. In einem harten Gangster, oder? Alright, you know the drill. Collect the supplies and get them back to the business. Wir haben jetzt eine Musik und alles abgestillt. Was sind denn die Produktionsformen? Ich muss bis in die Stadt, aber fett. Dann machen wir das so. Ist das Fahrzeug eingelagert oder wie? Also über die halben Mapfetzen. Diese Scheisse. Wirklich, bin ich jetzt nicht abgelehnt. Ja, ich begib mich ja so schnell wie möglich zu dem Unternehmen. Wir müssen jetzt über die Autobahn gehen. Warte. Weiß ich jetzt. Jetzt schnellst du die Autobahn. Find ich jetzt. Ist in der Tunnel dort. Weil die ج Konsens Nacional werden auch so gut verteilen. Was der reinigt? Weißen wir minimul reinforced nicht. Wirklich, ganz gut? Nein, das ist einen Artikel. Und nicht das sûr. Warte aufbampft. Oh, vollas rechtes. Das ist scharf. Das ist der nächste Linz. Fuck! Scheisse Autofahrer. Bitte, wenn er jetzt einen Tätowierer... Das ist ein Tätowier. F-H-M-A-S Die geben doch kein Geld aus, wenn kein Spieler in den Lobby ist. Ich hoffe, dass jetzt einfach keine andere In-Game-Ki kommt, die mich abschnatzen. Die Frage ist, ob die gestohlenen Vorräte besser sind oder schlechter. Das ist die grosse Frage. Das ist die Möglichkeit, die Schilder zu machen. Die Schilder zu machen. Jaja, so ist es. Und nicht anders. Wie schön, wie sie fahren. Die Schilder zu machen. Die Schilder zu machen. Mh mh Schauen wir mal wieviel Cash das das bringt Wir können nachher noch eine kleine Portion verkaufen um zu schauen wie das abläuft wenn wir das Zykakau verkaufen Ich werde sicher wieder auf die Seite wenn wir das Zykakau verkaufen Wie die äh Andere Lagerhaus-Missionen So jetzt geht es wieder in die Werkstatt Äh in die Portion meine Was ist denn der? Oh So Jetzt los Was macht der da? Ah jetzt geht die Brasshüt Gut Ich muss nochmals einstellen Der ist am schneiden Der macht Hm Hm Hier ist ein Geldbeiger Ich weiss gerade nicht was die Andere gesagt hat Da hat keiner geschaut Ich meine relativ geil Weil das ist meine Firma Ah ich muss verkaufen Natürlich ähm Verkauf ich an denen die am meisten zahlen Natürlich ähm Verkauf ich an denen die am meisten zahlen Sonst macht es ja nicht wirklich Sinn Und mit welchen Geräten darf ich das jetzt ausliefern? Pfff Pfff Wir äh Tempten hier Eher 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 Äh nice Okay Die Produkte laden Und bereit Für den Was ist das gerade Du Zieh Ja Ja heute bringe ich ein bisschen Bargeld vorbei Ich bin der Postman Die waren von New Broad Club Klub Und für alle Spiele in der Lobby Oder in der Saison Sichtbar Ich denke Weil ich das alleine mache Jetzt sicher noch Kaiden zu stossen Und das ist Drei Kilometer Die GTA sind einfach sehr lang Ich muss jetzt hinfahren Jetzt ist es zu dem nach dem Da 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 Hat nicht wirklich Sinn Aber Ich vertraue dem Navi von GTA Um 30 Minuten mit dem Geschoss sind Wieder relativ Genau Da sehen sie Ich sage, dass keine andere Spiele in die Lobby kommen Ist mir dasselbe Eigentlich hätte ich Zuerst Eigentlich hätte ich Zuerst ja eine Ausserste Post machen können Eigentlich hätte ich Zuerst ja eine Ausserste Post Noch lange Jasmin Ich fahrt auch Ich fahrt auch Ich fahrt auch Schwarzgelddruckerei Mit der Falschgelddruckerei Ich fahrt auch Ich fahrt auch Schwarzgelddruckerei und der Falschgelddruckerei Ist egal. So jetzt sind wir dann um den ersten Ort angekommen von den 5. Das ist doch immer wenn du bist ein Kreis. 4. 18. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 27. 28. die mit dem Badge vom Motorradclub oder vom Bikerclub hier rum zu laufen mit einem Postbag. Ich glaube das kann scheitern, wenn die Polizei alarmiert wird, oder? Ich bin auch wie DHL, verzeih. Jetzt sind da ein Paket mit ein bisschen Falschgeld. Und in dem Moment, wo ich das Paket reinlege, bleibt meine Hand durchsteigen. Achtung DHL, nein UPS wäre es ja eher für Fahrzeug. UPS, wir bringen ihnen garantiert die Post nicht. Also wieder da die beschissene Strasse fahren. Hallo. Ich bin der UPS-Man. Wie das von South Park da. Die Antifolk. Wo sich der Antifolk... Wo sich der Antifolk... Ich bin der Postbote Robert. Wir bringen ihnen das Paket. Hallo, ich bin der Robert, der Postbote. Wir bringen ihre... Wir bringen ihren Post. Wir haben nichts eingeschrieben, aber wir bringen es trotzdem. Ja, du Dulli. Hallo, der Postbote Robert ist hier. Wir bringen ihnen ein Paket. Hallo. Wir haben einen Post. Ja. Wir haben einen Post. Ja. Ja, sie haben einen Post. Ja. Wird befördert noch zwei. Da kann ich nicht mit dem Auto oder den Hover drauf fahren. Und da hat sie, glaube ich, eher Leibblanken. Ah nein, da ist kein Leibblank. Irgendwann ist es da vorne. Hallo, hier ist Post OP. Wir bringen ihr noch falsches Geld. Auch zu ihnen nach Hause. Wir bringen ihr ihr falsches Geld auch nach Hause. Wir bringen ihnen das falsches Geld auch vor die Tür. Tada. Da hat sie schon noch Faschkanz. Da hat sie schon noch Faschkanz. Da hat sie schon noch Faschkanz. Oh, jetzt. Jetzt hier. Jetzt geht's Back to OP. Brrrrrrrrrrrrrrrr. Huh? Es ist formalisiert. Neee. Du Hörer Kormel. Oh. Ich muss ein Paket ausliefern. Geh nicht auf die Seite bitte. Ich will nicht da überhaupt gehen. Hey dir, ich muss ein Paket ausliefern. So, ich muss sie durch. Ich muss ein Paket ausliefern. Hallo, hier ist Post OP. Hallo, hier ist Post Bote. Ein Paket für sie. Post OP hat ihr Paket abgeliefert. Oh Gott. Stollen wird es mir egal. Sie fahren nicht zu Hause, als ich es abgegeben habe. Hallo. Post OP hier. Mir ist langweilig. Ich merke es. Achtung, Post OP. Sie ist durch. Post OP hier. Ich muss mich schnell hören. Doch. Vielleicht ist eine Lieferung heute für den Tag. Vielleicht ist eine Lieferung heute für den Tag. Post OP hier. Okay. Nice. Nice. Ja, mit dem ein bisschen Geld würde ich sagen, wäre... Post OP hier. Mit dem würde ich sagen, das ist... Eier. Okay. 28. 28. Und? Nein, wir gehen jetzt noch schnell an. Okay. Invoice paid. And we have a sale. Currency is in your wallet. And Long John T. Is locking out. Und jetzt muss er da unten. Ah, du Schafsäckl! Kannst du nicht schauen, wenn jemand über die Strasse läuft. Hey, remember me? Ja, und ich lese. Und ein Kamel treiben. Ich will nicht mal schauen. So, mit dem würde ich sagen... Eier. 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 Ihr seht euch am nächsten Video wieder von GTA der Sushi genügend bis, und ja, das war es gewesen, euer Robobox28 und bis dann, mich seht ihr da.